Ich bin bei der IVP, weil ich mit diesem Unternehmen unseren Kunden wirklich gesamtheitlich beraten kann und ihm alles zeigen kann. Es geht von der kleinen Autoversicherung über Sparen, Absichern, Finanzierungen, auch Veranlagungen. Wir können wirklich alles anbieten und gesamtheitlich für unseren Kunden da sein und nicht nur in einer einzelnen Sparte. Und haben da auch alle Produktpartner, die es in Österreich gibt und auch international, die wirklich unseren Kunden anbieten können und einen guten Preis hergeben können. Ein gutes Beispiel ist ein Kunde oder eine Familie, denen habe ich wirklich gut helfen können. Die Situation, in der ich hingekommen bin, in denen ist das Wasser nicht bis zum Hals, sondern schon bis zu den Augen gestanden und haben wirklich vom Haushaltsplan her ein absolutes Minus gehabt. Was haben wir dann gemacht? Haben sich die Finanzierung angeschaut. Die war grundsätzlich schon gut, nur für die Situation der Kunden einfach zu eng. Wir haben das ein bisschen abgebessert und die Fixkosten reduziert. Wir haben alles, was sie nicht gebraucht hatten an unnötigen Versicherungen, einfach weggegeben. Haben das, was sie gebraucht haben, gelassen und einen Plan aufgestellt, wie wir das in den nächsten Jahren wieder dazugeben, dass dann alles vom finanziellen Rahmen her passt. Also wir bei einem Unternehmer eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung gemacht, einen Businessplan im privaten Bereich gemacht und die Kunden haben jetzt im Monat um 500 Euro mehr zur Verfügung und können jetzt wieder durchatmen und ein schönes Leben weiterleben. Glaubst auch du, dass du viel zu viele Verträge hast? Hast du so dicke Ordner zu Hause mit ur vielen Unterlagen, die man nicht versteht? Dann kommentiere unten mit deinen Namen. Ich helfe dir, das durchzusehen und dir das zu übersetzen, was das alles bedeutet.